... ... ... Aksant einfach mal so, jo, mach fertig, ganz ehrlich, das ist viel so Müll. Aksant einfach mal so. Geht doch. Gut gemacht, Aksant einfach mal so. Tragetafeln. Ich hab's auch nicht gehabt, dass ein Donner so stark ist, dass einfach das Haus bebt. So. Das ist echt nicht so schlimm, das hätte echt schlimmer sein können. Damals wir den Torfblock verloren haben. Alter, das war schlimm. Das war schlimm. So. Nächste Station Blizzard-Tempel. Links Dorf zurückkehren, jawohl. Ein Pokémon haben wir eigentlich noch, oder? Es sind vier, das ist die Frage jetzt. Nehmen wir den Regigas alleine oder Regice, Regirock und Registil. Ja. 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 Okay. Du bist auch schon alle vier. Du bist auch schon alle. Du bist auch schon alle. Du bist auch schon alle. Also diese Pforte hier, es heißt, dass hinter ihr ein Pokémon schlummern, dass die südlichen Kontinente hinter sich hergezogen haben soll. Wir haben alles versucht, aber die Pforte will einfach nicht aufgehen. Deine Steintafel, Frosttafel und Eistafel regieren auf die Pforte. Ich brauche nur die Tafel. Da gucken sie, wa? Okay. 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 Und wie ich es befürchtet hatte. Jetzt schlägt es auch 13. Was ist das denn für ein Gigant? Ein Pokémon, würde ich sagen, das verrät mir meine Gabe. Du hast keine Gabe. Du bist einfach nur ein bisschen crazy. Ja, der Gigant ist sicher ein Pokémon. Meine hellserischen Fähigkeiten haben mir gezeigt, dass sie sich gleich bewegen wird. Das fand ich damals einfach cool. Silvaro. Aurasphäre. Aurasphäre. Zum Glück ist es kein Psychotyp, sondern nur normal. Oh, ja. Oh, ja. Da. Oh, ja. Das Problem ist jetzt vom Typ normal. Ja. Somit müssten wir jetzt offiziell alle Tafeln haben. Die Tafeln des Blizzard Tempels ist abgeschlossen. Wir müssen zu Kokita zurück. Was man immer zum Dorf zurück muss, haben sie irgendwie auch ein bisschen verkackt. Das ist schon ein bisschen nervig. Dann muss ich jetzt praktisch wieder raus. Anstatt dass sie mich gleich dahin fahren lassen, wo ich hin muss. Ein Legendary Spoken fehlt uns eigentlich noch zwei Menachios, die offiziell mit dem Game dabei sind. Manavie, Fiona. Selbstreden, das ist ein so tüchtiges Mitglied des Forschungshubs schafft so etwas doch mit links. Und nun, wie geht es weiter? Fällt Ihnen noch etwas zu den Tafeln ein? Hm, sag, würdest du mir drei Stück Holz beschaffen? Ist das denn ernst, dass ich jetzt ins Dorf muss wegen drei Stück Holz? Sag mir bitte, ich hatte da noch was übrig. Wahrscheinlich habe ich alles verkauft. Willkommen zuerst. So. 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 So.